Musik Seit meinem Film Plastic Planet kommen Menschen zu mir und sagen, ist das Problem des Planeten nicht, dass es einfach zu viele Menschen gibt? Musik Damit die Wirtschaft wächst, wird über die Menschen hinweg entschieden. Musik Das oberste Gebot der US-Außenpolitik ist Bevölkerungsreduktion. In anderen Ländern Es gibt viele verschiedene teuflische Wege, die Weltbevölkerung im großen Stil zu reduzieren. Würde man alle Menschen der Welt nach Österreich verfrachten, jeder von uns bekäme dann elf Quadratmeter. Der Rest der Welt wäre dann menschenleer. Musik Wer von uns ist zu viel? Musik 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 Musik